Hallo Michael, ich denke du hast einen ganz großen Nerv der Zeit getroffen. Das finde ich wahnsinnig toll, welche Ausstrahlung du hast und wie du das gemacht hast. Und für heute werden alle die, die Gewinner sein, die sich die Frage gestellt haben, was würden sie tun, wenn sie ein Grundeinkommen hätten? Und wenn sie jetzt ab sofort, Stück und für Stück, was verändern in der Welt, wie sie jetzt ist. Ja und die drei, die das Grundeinkommen gewinnen werden, das wird wahrscheinlich ziemlich anstrengend.